Hallo, frisch in der Modell-Aviator-Redaktion eingetroffen sind zwei Holzbaukasten-Modelle. Einmal von der Firma Carvan, die Erco DH2 von der amerikanischen Firma Arizona Model Aircraft und einmal das Modell Arcus Talent von der Firma Robbe. Beide Baukästen wollen wir uns einmal kurz anschauen. Eine deutschsprachige Bauanleitung liegt dem Arcus Talent bei, wo in mehreren Schritten ausführlich dargestellt wird, wie das Modell zu bauen ist. Dabei sehr hilfreich ist die umfangreiche 1 zu 1 Zeichnung, mit dessen Hilfe das Modell kombiniert und zügig entstehen kann. Im Baukasten enthalten sind mehrere Brettchen aus Balser, in denen bereits die Teile vorgefräst sind. Diese lassen sich hier sehr leicht herauslösen. Weiterhin finden sich fertige Balserleisten, bearbeitete Sperrholzplatten, CFK-Stangen- und Rohrmaterial, sowie alle erforderlichen Kleinteile zum Bauen des Modells. Ein Dekorbogen rundet den Baukasten ab. Nicht enthalten sind Teile zum Bespannen des Modells. Hier hat der zukünftige Modellflieger freie Wahl in der Gestaltung. Von Robbe empfohlen wird ein Außenläufer aus der Roxy-Bauserie, kombiniert mit einem Roxy-Regler und einem 3S-Libo mit 3300 mA. Schauen wir uns als nächsten Baukasten die RQ-DH2 an. Im Baukasten enthalten ist eine sehr umfangreiche Dokumentation zum Erstellen des Modells, mit Angaben zum Original. Das Ganze wird kompletiert mit einer sehr umfangreichen Zeichnung. Erstellen werden bei diesem Modell beispielsweise auch die Reifen im Eigenbau. Dazu gibt es fertige Felgen. Eine weitere Besonderheit sind Foto-Apps-Teile. Ein Schmankerl im Baukasten ist der Bausatz eines 9-Zylinder-Motors von der Firma Wilhelms Brothers. Wieder mit einer Beschreibung. Auch wie die Räder herzustellen sind, wird im Einzelnen ausführlich beschrieben. Als Teil dazu sind dann auch entsprechende Moos-Gobi-Profile mit dabei. Zahlreiche Leisten aus Balser, Kiefer sind im Bausatz enthalten. Auch alle erforderlichen Materialien aus Eisen, Alu und Messing. Und weiter unten im Baukasten zu sehen, sind die ganzen Holzplatten und Balserplatten zum Fertigstellen des Modells. Untertitelung des ZDF für funk, 2017